Hallo zusammen, alle die Battle Pass Stufe 100 erreicht haben und noch Lust haben, ihren 100er Skin etwas hoch zu spielen, können das in den Sonderherausforderungen unverschmolzen machen. Einen Teil davon habe ich bereits in Solo erledigt, aber einen anderen Teil, den kann man nur in Team oder Duo machen. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Viel Spaß dabei. Unter anderem muss man Teammates heilen, respawnen und Gegner Schaden aus hoher Höhe zufügen. Für diese Aktion stelle ich mich jetzt zur Verfügung. Ah, warte, wie ist das denn passiert? Jetzt schmeiß ihn, bevor du mich heilst. Schmeiß ihn weg. Ich habe ja gar kein Mini getrunken, kein Biggie. Außer ist das wieder die erste Runde nach dem Büro, das ist immer eine doofe Runde. Das war heute wieder ein Tag im Büro. Weil mir ist es auch mal so in der ersten Runde. Du hast mir jetzt geholfen, mich zu heilen, hast du auch gekriegt. Ja, eins von zwei. Ich lebe Teammitglieder oder Führer, Neustart durch. Perfekt. Das ist mit Kiff. Ach, du musst dich auch heilen? Das war Kiff. Ich habe Kiff. Ich habe Kiff. Jetzt habe ich fünf. Ich bin da draußen auch. Hast du eine selben Rakete? Nee, habe ich nicht, brauche ich auch nicht. Ich mag die ja eh so gerne. Das werden wir jetzt nochmal wiederholen. Einer von uns beiden lässt sich so weit runterschießen, dass er geheilt werden kann. Klappt das nicht. Und die Neustartkarte ist da. Versucht er, ihn am Bus zu respawnen. Das ist ja auch die Herausforderung. Sollten wir jetzt auf keine weiteren Gegner mehr großartig treffen, um das machen zu können. Oder die Gefahr ist zu groß, dass wir beide sterben. Versuchen wir so weit wie möglich zu kommen. Da man in Team und Duo ja mehrfach unter die letzten fünf kommen soll. In Solo wären es die letzten zehn. Das probieren wir dann jetzt mal. Das da, den Weg aus dem Aktiensten zu kommen. Aber das ist ja jetzt mal. Das machen wir jetzt schon. Da das majorityulen mitία gesessen. Vielen Dank. Sieht nicht gut aus. Ich bin zu schnell down gegangen. Gucken wir mal, ob es mit dem Heilen klappt. Naja, nicht gut, nicht gut. Ein wenigstens getrappt noch. Und den Luchs auch noch getrappt. Nicht schlecht. Zwei Gegner getrappt. Und weiter geht's. Nächster Versuch. Zwei steppige Steps. Före ich auch. Und die Gichtkloppen. Jetzt weg, komm her damit. Komm her, Emma. Ich bin ich haben. Jetzt latsche ich mich dir da hoch. Papa, ich baue schnell hoch, ja? Ja, dann kommt der Gegner. Gib Gas, komm. Aber ich muss ja auch Schaden zufügen, ne? Oh, das war's. Ich brauche Schaden. 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 Kommt ja noch einer hoch. Ähm. Das heißt, du musst dir richtig mit F wegschleudern, heißt das. Ja, nee. So, das waren jetzt zwei Herausforderungen. Einmal die Füge Gegnern Schaden beim Werfen aus großer Höhe hinzu und Hilfeteamkameraden bei Kills. K kitchen, wir stehen hier vorne. So, das istíte ja, liebe 하나. Ich brauche Schaden. Also,なんか ist linguiert noch vorne und mit einem großen Fall Autofen. Also, da sagt ihr, dass wir, call Einstellen, kostet pacht ransomний Term Nee. Als ich lege, dass er für einen Ferteile gibt, werfen muss noch eine Leつile. pour ein Sakлюсами mitetos. Und dann하고�만 Schnabel will das noch ein birlikte verhinden und einphant. Oder weil es derdert ist also eine Art undurchtattung. Und dann war es natürlich noch ein paar Malen. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Bei Salty. Vielen Dank. Bye. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Von da oben, vom Berg. Wo vom Berg? Berg! Da oben! Wo ist denn dein Berg? Da. Da ist ne Banane, die hat ne Sniper. Und da ist ein anderer. Noch ein Gegner drin hier. Noch ein Duo bei dem Superpass. Und ein anderes Duo. Schau mal die Banane dann raus mit Bananen. Hier ist nur noch ein anderes Duo bei mir. Das ist ein sportiges Bot. Echt? Wie das Bots? Also wir haben Bots hier. Definitiv. Hier waren zwei Steps bei mir, wurden hier angezeigt. Aufwundert ist, dass sehr viele Bots in letzter Zeit wieder unterwegs sind. Der Kanal ist gleich platt. Oh Gott, ich hab weggekriegt. Oh, ich muss mich schnell einbauen. So. Oh Gott. Ich klebe mich wieder fest. Ganz tolles... Oh ja. Oh ja. Das kommt der Torf, ab. Oh, kack. aus dem sturm tragen das wird aus dem sturm trauen wenn es schafft kommt die herausforderung sofort gegen stellen zu verbrauchen in dem fall heilpilze zu finden zwischen pleasant und frenzy bei dem steinkreis eigentlich genug pilzen kannst du alle futtern dann hast du die zehn gegenstände und ich glaube mal die trugen kaputt es sind viel zu wenig gegen das ist immer auf dem recht herzlich papa ich brauche auch noch eine zeit und man dann ist das aber meine tun ich kann ja noch nicht es ist kein ak braucht aber jetzt nicht ja gut erst mal eine blöden pilze wenn er zehn stück abgestalten dass ich auch noch welche machen kann ich habe ich brauche also 50 ap nur nachgucken noch ein ich weiß jetzt die granate an koppel vom bot von hinten kommt noch einer kassel von hinten dass er sagt das baut papa lass mich die liebte auf mich wird noch von vorne oder von hinten gesniped ich will doch nur mein trüchen eröffnen dieses schöne das war doch jetzt kann man nicht mal seine truhe öffnen ihr mann hat doch gesagt hier ist ein gegner ist neid auf uns oder auch nicht du hast doch nicht gesagt ich weiß wenn ich von wo der ist neid und das ist ein bod das ist ein das ist ein schlechter spieler ist ja hier mich das ist aber kein bot der andere hat ihn ja geheilt bots gegenseitig heilen sich von ja meine ich halt ein schlechter spieler das ist der heilung nicht gekriegt ist unverschämt das wird der heilung nicht gewertet komischerweise brauchst du auch hier passen was zum heilen oder brauchst du ein päckchen von mir ich habe null schluss nicht gelügen munition ich kann nicht mal schießen mal kann ich ein paar schüsschen geben hatte ich sagte gibt die hälfte so bitteschön das auch danke auch ich habe gar keine schmerz habe ich meine schmerz habe ich gar nicht weggeworfen ist egal bei halse da steht man jetzt auf englisch hole das ich habe auch den heilvorgang jetzt nicht gewertet gekriegt heile ein team das habe ich auch schon ein paar mal gemacht nein ich meine lieblingsverein habe ich lieber nicht mit kommen sie mit schlagen sie ein und auffällige lakier oder jetzt war extra wegen der reine gespielt haben Es schießt schon wieder vor demselbst. Ah, hier vorn ist er. Hab ihn? Du warst das, Raketenwerfer. Ich kann mich nicht mehr bewegen, jetzt. Jetzt ist das mit dem Scheiß hier. Nochmals Step. Ich wollte... Der Sniper, nein. Also, heute ist massive Störung hier, würde ich sagen, ja. Das brauche ich dringend. Auf mich bist du, Papa! Papa! Ich appele für dich, ich habe hier für dich! Bleib stehen! Bleib stehen! Ja, ich weiß, auf dich. Aber du bist nicht stehen geblieben, du bist einfach weitergerannt. Ja, das war mein Fehler. Wir waren zu dicht. Wir waren zu dicht an der Hütte. Wir waren zu dicht an der Hütte. Wir waren zu dicht an der Hütte. Da unten, da unten ist Gegner. Hast du Hüt gegeben? Kann schon wieder nichts passen. Ich habe einen gesaugt. Den einen habe ich. Den einen habe ich. Den einen habe ich, Papa. Den einen habe ich. Ja! Ich habe den übel ge-ge-ge-ge-genz... Den habe ich gekillt. Der da... Ähm, du hast den anderen gekillt. Ich habe den anderen gekillt. Aber bald vielleicht dringend viel Stuff durch. Ja. Beide sind ich mal da. Ah, pass auf, Papa. Ja, ich gucke schon rum. Ach so, dringend Thiel. Ach, der Pilzchen. Oh, ja. Drei Minuten. Oh, ja. Drei Minuten. Okay, ich dringend... Ne, ich habe schon 150. Halt fast 150. Ich habe 145. Lass uns dann, das blaue Wasser kommen. Damit du voll sind. Oh! 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 Oh, oh! Ich hab auch grad Boot angezeigt, aber gekriegt. Für ne Sekunde hab ich's auch gehabt. Oder für den Bruchteil einer Sekunde. Gegner da oben! Ein Fischer. Der... Irgendein anderer hat ihn gekillt. Von da drin ist noch einer. Papa, pass auf. Papa, hab ich grad zugewollt. Ah, da sind zwei. Ich wollte grad draufs mal auf den Schnall drauf. Papa, schieb super Paketwerfer. Wenn er aufgeschossen ist, schieb super Sniper und hätte schossen. Boah, war der Schuss knapp. Das sind zwei. Ich wollt grad sagen, pass auf wegen dem Sniper. Papa, hier liegt ein Mini hinter dir. Komm, der kommt, der kommt. Nein, Papa, trink den Mini. Ich war weiter zu. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich wollte nicht. Leck den Verkauf ist auch. Ja, Mann! Ich! Dann sterben wir. Okay, ich hör hier mit auf. Ich hab auch gesagt, wir sterben werden wir, wenn ich die Brüder auf... Mach ihn platt. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Papa, bitte nicht sagen, ja? Mach ihn platt. Dann geh mal seger. Mach ihn schiff. Okay, mach ihn nicht. Mach ihn. Mach ihn mit. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Ach, von der Seite schießt der auch noch. Oh mein Gott! Mit 5 AP. Das ist heilig schnell. Wir sind aber schon unter den letzten fünf. Haben wir schon geschafft. Der holt mal die Karte, bringt dir eh nichts mehr wahrscheinlich. Ist da kein Bus mehr da? Nö. Nee, doch nicht. Doch, ein Bus noch da. In BIPI ist noch einer. Okay. Scheiße, ich hab das falsch gebaut. Dann aber heilig hoch erstmal schnell, bevor der nicht... Lass mich ein Türmchen vor deinem Rüssel, ne? Das hab ich gebaut. Hast du das zuvor gebaut? Ich bin nicht aufgefahren. Ach so, als ich an der anderen Seite oder so? Damit ich auf die Gegner gucken konnte. Der Kampf, der Endkampf ist eh ein BIPI. Perfekt! Hoffen wir mal, dass da keine Gegner... Da sind wahrscheinlich Gegner drin, ne? Der wird euch fest. Also wenn das jetzt wieder nicht gewertet wird, mit der Herausforderung kriegst du vorne an, dann kriegt die Krise. Ist halt so. Ich versteh das auch nicht, warum EPIC dann plötzlich das ändert, dass die Herausforderung zuerst für das Steckspiel heißt. Jetzt heißt die Jäger und die Jagd und wahrscheinlich heißt sie morgen... Ich bin ein fetter Sack und hell. Ja, suche den Pilz oder was? Ja, so suche den Fisch, Alter. Suche den Pilze. Guck mal, ist unser... mein ganzer Loot noch von vorher. Okay. Vom Killen. Schade. Ich bin still. 2. Oh, es wird enger. Mh... 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 Der piekt. Der nächste... Raketen wäre ja Vorsicht! Der piekt auch. Jetzt musst du aufpassen, dass der Glibe nicht von hinten kommt. Was ist das? Das war die Fight sogar Glaube ich nicht, da ist nur ein anderes Spiel Ich habe die Vorstellung, dass Glibber und der Nose gegeneinander fighten Das ist nur du Ich lebe jetzt wieder da Boah, ich kann mich mal D ducken Ich konnte immer für mich D ducken Es ist so scheiße Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben Ich bin Sturmgewehr drauf, fertig Wieso? Ich kann mich verleißen, danke Wir sind so laut Der ist am Schum verreckt noch Ja, ich krieg auch den Kipp Ja, siehste Hat er gut gesagt Die Spide ist slow Wenn wir das letzte Match nicht gewonnen haben Haben wir die Herausforderung geschafft Unter die letzten 5 zu kommen Jetzt versuchen wir einem Gegner Fallschaden zu machen Ich habe die Herausforderung schon Und meinem Sohn fehlt die noch Ich habe ihn runter geschossen, komm Ich schnappe ihn jetzt, ich baue hoch, warte Ich baue schon hoch Hast du ihn denn? Ich baue hoch Ich baue hoch Ich baue hoch Stell dir jetzt Was? Nicht höher, Papa Bei mir ist noch ein Gegner Ich komme Ich habe keinen Fallschaden gekriegt Ich habe keinen Fallschaden gekriegt Ich will das mit dem Fallschaden bei meinem Sohn nicht klappen Probieren wir es nochmal Ja Aber es wurde einer respawned. Ja, komm zu mir, wir sind zwei. Ja, perfekt. Mann. Ja, nee, nee, das bin ich nicht, Papa. Das ist irgend so ein anderer Spieler, der mit dir spielt und ich rede irgendwie im Hintergrund, Papa. Schon wieder die blöde Wertung nicht gekriegt, so ein Kackwurst hier, du. Mann, langsam nervt das. Jetzt hab ich dich schon zum 73. Mal hier gerettet. Ja, nee, weißt du, Alter? Das war die Tankstelle, Rodeo wieder. Ja. Brauchst du eigentlich ein medkit? Ja, warum? Ja, das war jetzt auch noch ein ganz dünner Angerzeit. Jetzt musst du auch nicht mehr fallen. Zwei Stück, zwei Boote. Aber wo? Ich seh keins. Da. Da. Da unten. Boah, der war gut, der Hit. Halt fast. Hundert Haid, Papa, auf dem Mibus gesniped von irgendwo anders. Bau dich ein, Papa, Bau dich ein, sonst kriegst du ja auch noch nicht. Von vorne oder so, von irgend so einem Bursch. Aber der Boot hat ein 100 Haid von mir gekriegt. ach von da vorne von der brücke also nur einer mich noch von irgendwo anders geschossen von unten und das hätte auch versenkt ach scheiße da ist noch einer da sind zwei einer noch auf Das sind drei! Das sind auch noch zwei! Das sind auch noch zwei! Oh, du kannst mich aus dem Sturm tragen Tim, komm! Ja, dann krabbel den Sturm gefälligst rein! Los, krabbel schnell! Ja, komm! Ja! Hab einen getaunt! Die anderen Brillen fanden jetzt wieder hier, die Professorin! Hervorragend! So, da ist in Solo und Duo nicht so ganz geklappte Herausforderungen, versuche ich für heute nochmal ein Random Team. Vielleicht schaffen wir es ja unter die letzten fünf und dann wäre die nächste Herausforderung fertig. Den Rest mache ich dann morgen. Oder ich spiele jetzt einfach durch, gucken was passiert. Das aussieht, wird ein Team-Mate angegriffen, da muss ich schnell hin. Weil er verliert hier... Ah doch, jetzt hat er sich geheilt. Kräftige Energie. Kräftige Energie. Das sind seine Kills Wenn das Team kriegt sie mehr Dann hat er sich runtergeschossen Das Glück, den zweiten Gegner habe ich im ersten Moment gar nicht gesehen Erst nachdem er den anderen, den ich gesehen habe, niedergestreckt hat Ist mir aufgefallen, dass er noch weiter ist So, jetzt sollten wir mal langsam Richtung Zone Noch ein bisschen was einsammeln Kiff Kiff Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So muss das sein, im Team Das gewinnt nicht wer die meisten Kills macht, sondern welches Team zum Schluss am besten gespielt, dann üblich ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017